Diese Folge wird präsentiert von OYESH, Ihrem Better-Aging-Experten mit dem einzigartigen Hyaluron-Lifting-Treatment in Ampullenform. Frei von jeglichen Zusatz- und Konservierungsstoffen, dafür voller innovativer Wirkstoffe aus der Natur, made in Germany. Denn natürlich ist am schönsten. Bin ich nicht schön? Der Beauty-Podcast mit mir, Dr. Mustafa Nawan. Hier gebe ich hilfreiche Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Aussehen und Ihr eigenes Wohlbefinden ganz einfach verbessern können. Auch ohne sich gleich unters Messer zu begeben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bin ich nicht schön? Heute gibt es wieder eine Solo-Aufnahme, nur mit mir. Das heißt, geballte Informationen zu Themen aus dem Bereich der plastischen Chirurgie. Heute geht es um Körperfett, weil wir da ziemlich viele Anfragen hatten und wir diese Thematik auch immer wieder ein bisschen angerissen haben, aber nie so in die Tiefe die Informationen hierzu erwähnt haben. Wir haben uns überlegt, heute gibt es eine Solo-Aufnahme, wo es nur um das Thema Körperfett geht. Ich kriege ziemlich viele Anfragen, was Fettabsaugung angeht in meiner Praxis. Und das ist jetzt nicht nur bei mir so, sondern auch in allen anderen Praxen, wo ästhetische Behandlungen durchgeführt werden, ist die Fettabsaugung schon eines der Operationen, was am häufigsten angefragt wird und auch durchgeführt wird. Nun zunächst einmal zum Körperfett und wie ist es im Körper verteilt. Die Anzahl und die Position der Fettzellen im Körper, die sind schon bei Geburt festgelegt. Das heißt, wenn man schon anlagebedingt zu viele Fettzellen in gewissen Arealen hat, zum Beispiel bei Männern die sogenannten Love Vendels oder Hüftgold, also Fett im Bereich der Hüften oder am Unterbauch, bei den Darm klassischerweise die Problemzonen, Oberschenkelinnenseite oder zum Beispiel die Oberschenkelaußenseite, die sogenannten Reiterhosen oder Knieinnenseite. Wenn man dort anlagebedingt schon vermehrt Fettzellen hat, dann ist das so. Das Phänomen, dass man zunimmt und abnimmt, ist nicht so, dass sich die Fettzellen teilen. Es ist also keine Hyperplasie, so nennt sich das im medizinischen Jargon, sondern eine Hypertrophie. Das heißt, die Fettzellen nehmen an Volumen zu oder an Volumen ab. Das ist das Phänomen von zunehmen und abnehmen. Und wenn man anlagebedingt in gewissen Arealen zu viele Fettzellen hat, dann ist es wie gesagt so. Jetzt gibt es am Stamm, am Körper zwei unterschiedliche Fettarten. Es gibt einmal das sogenannte viszerale Fett. Das ist das Fett, was man in der Bauchhöhle hat, also hinter der Bauchmuskulatur. Also ein Fett, was die Organe umhüllt. Das ist ein Fett, was operativ nicht entfernt werden kann, weil man geht jetzt nicht zu den Organen, um das Fett dort zu entfernen. Und dann gibt es nochmal eine Fettschicht, was sich zwischen Haut und Muskulatur befindet. Und das ist ein Fett, was zum Beispiel operativ entwertet werden könnte mittels Absaugung. Jetzt kommen ziemlich häufig auch Damen und Herren zu mir, die einfach übergewichtig sind und eine Fettabsaugung wünschen. Und hier muss man ganz klar sagen, die Fettabsaugung ist nicht die Lösung, um abzunehmen. Deswegen, wenn man abnehmen möchte, muss man das erstmal mit anderen Verfahren machen. Wie zum Beispiel Diät, Sport und so weiter und so fort. Die Fettabsaugung kommt nur dann in Frage, wenn in gewissen Arealen einfach Fettdepots sind, anlagebedingt, die man selber nicht wegbekommt. Und dann kommt der Operateur ins Spiel und hilft nach und kann dann diese Fettdepots in den Arealen absaugen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Fett absaugen kann. Auf dem Markt gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Geräte. Und da hatte ich auch in den letzten Jahren ziemlich viel getan. Es gibt Verfahren, die rein durch mechanische Bewegung sozusagen die Fettzellen lösen und absaugen. Es gibt Verfahren, die mit Wasserstrahl arbeiten. Es gibt aber auch Verfahren, die zum Beispiel mit Ultraschall arbeiten. Das ist ein Verfahren, was ich sehr häufig anwende. Ich kombiniere meistens für optimale Ergebnisse mehrere Verfahren. Und bei diesen Verfahren, wie zum Beispiel eine Ultraschallfettabsaugung, kriegt man zusätzlich zur Fettreduzierung auch eine Hautschrumpfung. Auch das ist natürlich ganz wichtig, damit in den Arealen, wo das Fett abgesaugt ist, sich die Haut adäquat zusammenzieht und es dort nicht zu Faltenbildungen oder hängenden Hautschützen etc. kommt. Ist ein Maß überschritten an Hautüberschuss, das ist zum Beispiel bei Damen und Herren, die viel Gewicht verloren haben und an Fettschürzen haben, oder bei Damen zum Beispiel nach Schwangerschaften, wo sich das Bindegewebe und die Haut nicht adäquat zusammengezogen hat, dann reicht eine reine Fettabsaugung nicht aus. Weil mit einer Fettabsaugung entfernt man das Fett. Mit speziellen Verfahren kriegt man in Maßen eine Hautschrumpfung. Aber wenn ein Maß an Hautüberschuss vorhanden ist, dann sind Straffungsoperationen notwendig. Straffung heißt aber immer, es ist mit einer Narbe verbunden. Da muss wirklich Gewebe entfernt werden, weggeschnitten werden und vernäht werden. Ich persönlich bin da kein Freund von. Ich versuche es zu vermeiden. Nur wie gesagt, wenn es anders nicht möglich ist, dann muss man auch zusätzlich eine Straffung durchführen, um ein optimales Ergebnis zu kreieren. In den letzten Jahren haben sich aber zusätzlich zur regulären, einfachen Fettabsaugung auch modellierende Eingriffe zunehmend durchgesetzt. Weil den meisten Damen und Herren reicht es jetzt nicht mehr aus, wenn der Bauch einfach nur flach ist. Die meisten wollen auch einen athletischen Körper zum Beispiel haben. Also ich habe auch viele Damen und Herren, die auf ihr Lifestyle achten, auf ihre Ernährung achten, regelmäßig trainieren, es aber zum Beispiel nicht schaffen, ein Sixpack zu bekommen. Und auch da kann man mittels Fettabsaugung den Körper athletisch modellieren. Body Contouring, High Definition Body Contouring etc. So wird das genannt. Was passiert da? Da mache ich eine selektive Fettabsaugung. Das heißt, Fett wird prinzipiell in den gewünschten Arealen komplett reduziert. In gewissen Arealen, zum Beispiel zwischen den einzelnen Muskelpaketen, wird dann gezielt noch mehr Fett entfernt, sodass man dann die Optik eines Sixpackes kreiert. Und da ist es ganz wichtig, wirklich die Anatomie der Damen und Herren zu erfassen und auch entsprechend auf die Körperoberfläche vorher anzuzeichnen und abzusaugen, damit es am Ende wie ein richtiger Sixpack aussieht und nicht wie eine Tafel Schokolade oder ähnliches. Da das Fett mit gewissen Verfahren sehr schonend gewonnen wird, könnte man es auch nutzen, um es in andere Körperpartien wieder zu reinjizieren. Das heißt, es gibt ja auch andere Körperareale, wo man sich gerne ein bisschen mehr Volumen und Fülle wünscht. Was sind das zum Beispiel für Areale bei Damen klassischerweise? Die Brust oder Gesäß. Man kann aber auch, Fülle am Gesicht ist eher angesehen, in den richtigen Positionen natürlich. Also in den richtigen Positionen ist Volumen im Gesicht gewünscht und da könnte man auch mit dem gewonnenen Fett wieder Volumen auffüllen. Die Vorteile von dem Fett sind, wenn man Volumen wieder auffüllt, ist es natürlich körpereigen. Man nimmt also keinen Fremdkörper, man nimmt kein Implantat oder sonstige Produkte, sondern es ist wirklich körpereigen, was abgesaugt wird und dann in andere Areale wieder reinjiziert wird. Fett hat aber auch regenerative Eigenschaften, weil in dem abgesaugten Fett auch teils Präadipozyten, also Fettvorläuferzellen sind, die auch regenerative Eigenschaften haben. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn man es im Gesichtsbereich injiziert, um zum Beispiel auch das Bindegewebe oder die Hautstruktur zu verbessern. Meistens kombinieren wir das mit Facelift-Operationen, also Straffungsoperationen am Gesicht. Aber um nochmal die Fülle und aber auch die Hautstruktur zu verbessern, wird nochmal Eigenfett aus anderen Körperregionen entnommen und damit auch nochmal im Bereich des Gesichtes injiziert. Also man sieht, Fett ist schon eine tolle Sache, eine Wunderwaffe. Bei ganz vielen Erkrankungen kann man es einsetzen. Das ist jetzt alles ästhetisch gewesen, was ich gerade gesagt habe. Es wird aber auch im rekonstruktiven Bereich, in ganz vielen Bereichen eingesetzt. Wenn zum Beispiel Volumendefizite vorhanden sind nach Unfällen oder nach größeren Operationen, nach zum Beispiel Tumorerkrankungen, wo Gewebe entfernt wird, wo es dann zu einem Gewebedefizit kommt, könnte man das Ganze mit Eigenfett wieder auffüllen. Also Fett hat nicht nur Negatives, das nur weg muss, sondern man kann es auch sehr gut einsetzen, um in anderen Körperpartien Volumen, Kontur, Fülle, Form zu kreieren. Also was lernen wir aus der heutigen Podcast? Eine Fettabsaugnung eignet sich dann, wenn man gewisse Überschüsse an einigen Arealen hat und das Fett sonst durch Eigeninitiative wie Diät und Sport nicht wegbekommt, dann kann gut abgesaugt werden. Dann sind die Verfahren sehr, sehr wichtig. Wie wird abgesaugt? Mit welcher Technik wird abgesaugt? Macht diese Technik auch zum Beispiel eine Hautschrumpfung? Weil das ist ganz wichtig, wenn zu viel Haut vorhanden ist, dann ist eine Fettabsaugung nicht die Lösung dafür. Dann müsste eventuell auch sogar eine Straffungsoperation durchgeführt werden. Und man kann das Fett sehr, sehr gut benutzen, um es in andere Körperpartien wieder zu reinjizieren. Das ist zum Beispiel Gesäß, Brust oder im Bereich des Gesichtes. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt, bin ich nicht schön. In diesem Sinne, Ihr Dr. Nawan.